Guten Morgen, es ist 10 Uhr am 21.4., den Samstag. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz in Bad Lauterberg von Guitama, gehen jetzt rein schön baden. Niki hat schon ein Krokodil und alles bei. Bis nachher. Nein, es ist Affen. Nein, es ist Affen. Nein, es ist Affen. Nein, es ist Affen. Hey, kommst du wieder runter? Nimmst du ihn klein? Brille! Quatsch nicht immer dazu, jetzt beginnt gleich die Welle und ich filme mal den Niki, wie der sich treiben lässt, hier in Vidamar, die beste Welle überhaupt. Da ist er, der Hauding, der Haidicke. Geht gleich los, Dicker. Ich will es mal filmen, wie er sich treiben lässt. Nicht meinen schwer verletzten Fuß in der Welle vorhin, guck mal, da ist es da, schwer verletzt. Nee, ich will dich filmen, ich komm nachher noch rein. Ich will gleich mal da hinten das alles filmen, da ist der Essensbereich und da hinten geht's runter zu dem Erlebnisbecken, wo der Kanal ist, dieser Strömungskanal, hier ist so eine kleine Rutsche. Ist aber richtig schnell. Und jetzt geht die Welle los. Wie man sehen kann, fängt's jetzt an. Und hier an der Stelle ist die Welle am stärksten mit, unter einer Mitte. Und deswegen lässt der Niki sich so gerne jetzt reiten. Da kann er bis vor. Wenn's richtig in Gang ist, geht's los jetzt. Niki! Niki! Lass dich mal bis auf vorne treiben! Niki! 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 Neu! Niki! Und hier unten ist der Erlebnisbereich mit dem Außenbecken und dem Kinderparadies Whirlpools Also alles sehr schön Das ist die kleine Rutsche und dann haben wir hier oben noch eine große Da kann man draußen sehen, wo die ist Aber die gefällt uns nicht so So, hallo Leute Ich weiß nicht, ob man es sehen kann Wir sind jetzt hier über sieben Stunden im Bad Jetzt gehen wir duschen Jetzt haben wir Nase voll Ich kriege noch einen Schluck Kaffee Und auch wie immer Die sagen dann mal Tschüss Also ich kann Vita Manu empfehlen Du auch? Ja Tschüss! Ich mach mal Ich mach mal Ich mach mal